Ich würde gerne beibringen, und zwar geht das so. SAUF MICH SCHÖN! Wir probieren das mal an. Eins, zwei, drei, vier! SAUF MICH SCHÖN! Da geht noch mehr. Eins, zwei, drei, vier! SAUF MICH SCHÖN! Ja, guck mal, so hört sich das doch ganz angeblich an. Ja, aber nicht nur reden, ne? Auch machen. SAUF MICH SCHÖN! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020